Wir wollen das Ursprüngliche zeigen, auch das Moderne und vielleicht auch die Jugend dafür interessieren, weil da hat das Handwerk ja auch ziemlich Probleme, andere Bereiche mittlerweile auch. Aber wir sind hier, um irgendwie präsent zu zeigen, zu sagen, was wir können, was wir machen. Untypisch war eher, interessant für den Kunden natürlich, die Zeit zehn Jahre Negativzinsphase, weil der unnatürlich niedrig war. Jetzt nähern wir uns eher wieder einer normalen Zinssituation.